Ich bin ja fast nach Hausfriedensburg Gut möglich, ja Na, hast du schön in deinem Haus da gewartet Bis ich zu dir komme und dann ballerst du Oh, schade Hat leider nicht geklappt Hab ich das nicht weggeworfen Schade, der Typ hatte auch nichts an Boost oder so Hier ist sogar noch jemand What? Also siehst ungefähr, wie der Test-Server läuft Du siehst es So, Vierer Nice Oh mein Gott Ich muss nur kurz spotten, wo der Typ ist Ah Mist Er ist auf jeden Fall auf der anderen Seite noch irgendwo Ah, ich bin leider nicht ganz gesehen Irgendwo da auf dem Hügel? Ne Ach, auf dem Dach da, okay Hä? Oder ist er unten drin? Verstehe nicht ganz, wo er ist Ach, da war er, oder? Hab ihn Verstehe nicht ganz, wo er ist Verstehe nicht ganz, wo er ist Verstehe nicht ganz, wo er dir ist Denn nur wenn ich hab ihn Ich bin das witzig, wie die Reifen zerplatzen. Lass mal ganz nach oben gehen, da kann ich den besser abschießen. Hey Swiss, hallo. Keksdose, danke noch fürs Folgen von vorhin. Hey. Okay, brauche ich doch einen Vierer. Boah, das ist ja super krass irgendwie mit dem aktuellen Schussverhalten. Kannst du einfach sprayen. Scheiße, der Buggy nicht kaputt gegangen ist. Achso, ich habe ja jetzt... Tum, 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 Tum. Tum, Tum. 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 Boah, der hat aber viel ausgehalten. Der hat schon ein bisschen geschluckt hier. Oh, warte mal. Ich bin sogar noch in der Zone. Ich muss hier gar nicht lang. Was ist denn da hinten passiert? Da rollt einfach mal ein Auto. Und da ist ein Spieler. Also, ein bisschen am lenken ist der Server schon. Boah, hier ist eine Menge los. Cooler Server. Cooler Server. Cooler Server. Cooler Server. Ah, ich bin hier im Sandwich. Das ist nicht so gut. Muss hier weg. Im Sandwich von zwei Plips. Wenn ich den Typen halt mal sehen würde, den Pleberino. Können wir den auch mal ein bisschen ärgern hier? Ärgert mich nämlich die ganze Zeit. Ist er das da? Nee. Ah. Ist aber auch echt schwer zu spotten irgendwie so. Der muss davon relativ weit weg schießen. Mit seiner SKS. Oder was das da ist. Hm. Keine Ahnung. Was wird dieses Mal getestet? Äh, wir gucken einfach. Schauen wir mal. Hey Freestyle. Hallo. Wo ist er denn jetzt? Muss irgendwo so. Ich weiß nicht. Irgendwo hier in dem Bereich. So vom Berg habe ich den echt nicht gesehen. Echt hinter dem Stein da. Äh, Berg. Ich meine, er kennt man ja relativ leicht, wenn da einer irgendwo oben steht. Da hatte ich ja auch jemanden gekillt. Hm. Und der Typ hat ja dann auch noch auf mich geschossen. Der hier vom Turm. Aber ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Der andere muss auf jeden Fall rüber hier. Nee, ich habe keine Ahnung, von wo der geschossen hat. Wahrscheinlich hatte da nur irgendwo so ganz leicht seinen Kopf rausgeguckt. Und hat dann auf mich geballert. Soll ich da nichts machen konnte. Mal gucken, ob der immer noch auf mich ballert hier, wenn ich hier bin. Hat eine K. Hm. Ich glaube, der ist auch gar nicht mehr an der Posi da. Ach da, guck mal, da ist einer. Hat er sich leider genau weggeduckt in dem Moment. Bad for me. Good for him. Da war er gerade. Ich glaube, er hat gepiekt, oder? Lecks sind hammerhart, ne? Habt ihr gesehen, wie der sich vorteleportiert hat? Richtig krass. Der ist immer noch in seinem Turm da drin, leider. Also performance-technisch würde ich jetzt nicht sagen, dass der Server hier irgendwie besser ist. Als Live-Version. Kann ich nicht bestätigen. Den Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Und das war eigentlich der erste Typ, der sich hier teleportiert hat. Also, das war dann schon noch jemand anderes mehr. Hm. Hm. Die laufen schon alle so ein bisschen wie Sonic, muss man sagen. Also, ich habe ihn nicht getroffen. Eigentlich müsste er... Na ja. Gut. Haben wir wenigstens ihn ein bisschen verschreckt. Wer weiß. Vielleicht hat er sich ja in seine Hose gemacht. Wir wissen es nicht. Ne, okay. Er hat mich schon gesehen. Gehen wir mal weiter hier. Egal. Egal. Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt eher so auf mein Gelände hier. Sollen die erstmal ihre Sache da machen. Guck mal, jetzt bin ich wieder hier, wo ich vorhin war. Oh. Hm. Hey, der will Mahlzeit. Eigentlich ist die Stelle hier unten ganz cool. Ich glaube, da hinten ist auch noch jemand gelaufen. Ah, da oben am Stein. Mann, diese Lichteffekte Richtung Zone sind ja richtig grauenhaft geworden. Oh, es sind nicht mehr viele. Vielleicht hat A noch. Gesnipet hier. Warte mal ganz kurz. Okay. Nebelfluss. Hey, dankeschön. Vielen Dank für die drei Monate Re-Sub. Willkommen zurück, du. Der muss irgendwo unten sein, der Typ. Also wird er wahrscheinlich dann hier so ankommen, denke ich mal. Aber die Ecke hier ist, glaube ich, nicht so geil. Na, guck mal. Der Typ, der rennt da immer noch rum. Bürger, assumme sie noch rum. Dann campe ich es mal. Wer hat da immer noch rum. Oder bin ich das? Ja ... ... ... ... Der letzte mit der Snipe war glaube ich hier links, oder? Gut, dass ich den 3er-Helm hab. Ja man, ho, knappes Ding ey, hat er sogar noch gepusht, coole Warm-Up-Runde hier, ey, zwölf Kids. Oh, the jungle VIP, I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me.